Also ich bin hier in Alemania. Das Haus wurde 1906 gebaut und 1916 und die Schienen auch, die kommen von Salta und sollten Salta eigentlich mit Cafariate verbinden. Aber jetzt haben sie gemerkt, denn sie haben die Schienen bis hierher gelegt und dann haben sie gemerkt, mit Bahnhof alles fertig. Die Länder wird anders aussehen haben, dann haben sie gemerkt, dass da eine große Gebäude zwischen ist. Und dann haben sie den Bau eingestellt. Also bis in die 70er Jahre ist hier nur eine Bahn gefahren, aber jetzt haben sie teilweise schon die Bahnschwerden rausgenommen, haben sie verarbeitet als Geländer und als Stützen für irgendwelche Veranden. Ja, aber das Essen war hier ist dann gut. Bedienung war nett. Ich konnte wieder irgendwo schlafen, weil ich meine Ruhe hatte. So und jetzt geht es weiter nach Salta.